Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Warfare 2 Mit mir dem Alex und dem Pierre Hallo meine Freundin Erstmal Aeslabs zuerst nennen Und ja, ihr seht heute mal mein Gameplay, also erwartet am besten gar nichts Ja Einfach mal ruckelfrei spielen Ja, mal gucken, ob es bei mir jetzt ruckelt, aber ich glaub mal nicht Ah, ich hab auch auf 30 FPS runtergestellt, aber es sollte mir eigentlich reichen Ah, Checkpartner, keine Maus ruckeln, juhu Aber nicht Maus, sondern Bild Jetzt nur 30 FPS ist FPS ist Ich hab sie bei mir hart auf 30 FPS runterstellen lassen Will die wiederum radchen, weil ich ja scheiße bin Oh ja, genau, hab ich gemessen, Mann Das war ich Ja, ich hab auch, hat auch, hat die Aufgabe zu schießen aus Versehen Geh, ach, ach, warum sind wir überhaupt in Gegner-Tipps? Ich find das total uncool Naja Ich seh so'n mit, bisschen mit gemischten Gefühlen Okay, zwei Abschlussserie schonmal Ah nein, nein Das ist nicht mehr Ah, ja, komm Ja doch, die zwei Abschlussserie kannst du mir ja nicht nehmen Ich auch nicht Du kannst halt nur dafür sorgen, dass es Aufhört Genau Ja, das nicht noch besser wird Das habe ich ja gesagt Holla mal, hollalalala Esel nennt sich selbst zuerst Oh ja, TÜBE! Ha, Mama! Erstmal das Gämpel, ich muss leiser machen Pfff, das Gämpel ist immer ziemlich laut Ja, ich kann es relativ schnell leiser ziehen Du kannst ja auch leiser ziehen Ja, du kannst ja auch leiser ziehen Einfach, nein Ja, danke Loll Da wollte ich dich eigentlich mit der Dings töten Und dann hatte ich die meine Granite getötet Wie geil Ich hab aber jetzt auch so hoch da zwischendurch Ja, das ist das Spiel einfach nur Was scheiße ist Ja, selbst die Spiele jetzt ist man gerade am Rücken, ey Nachladen! Oh, wie uncool Alter, wenn wir jetzt in Zukunft noch ein paar Mal spielen Ah, wir spielen ja wahrscheinlich nur Bad Steve jetzt heute Das ist ja, wir finden Dings wieder so richtig scheiße Adfonds Warfare Aber wenn wir es wenigstens ein bisschen gut finden, dann, äh, ja Dann war es doch für mich mit MVX2 Ach, Mann, ey War ein ganz abenteuer, so motivierend, wie sich Pizmi dafür kann Du, ich hab grad einen Ruckler gehabt, man, was ist ne Scheiße Ich auch, ich auch Und weg Quick, Nigger Ganz ehrlich, wie kann Pizmi so ne lange Motivation dafür haben Die Spiele, okay Du spielst doch mit sechs Freunden und nicht Pabbel, sondern Private World Weißt du, die nicht hacken Du hast dich dann gerade nicht ausreden lassen, ich wollte den Satz eigentlich noch beenden Mami, ich wollte den noch beenden Ich glaub, public hätten die auch keinen Bock mehr Oder haben die schon seit, äh, wahrscheinlich nach 50 Spielstunden keinen Bock mehr gehabt Aber in der Nougat-Gang ist das doch geil Dann hab ich die anderen voll die Ruckler Ach komm, ich hab die ganze Zeit hier Ruckler gerade Mal kann ich auf die Connections gucken Alle grün Und ich bin auch grün Und, äh, voll Toll Oh, altes Drecksgame Der 90-Style läuft, Anna Deine Moodi-Style Ach komm, ey Ich bin scheiße, Leute Ich hab alle so Ruckler, Mann Wenn die bei dich bewege Ich hab keine Maus-Ruckler, aber ich hab so andere Ruckler Bild-Ruckler, kein Maus-Ruckler Ja, ich weiß Hab ich ja auch Wieso, geht anwesend immer mal Ruckl, Ruckl Wieder Ach komm, ey Ohne Scheiß, der Biskin stinkt nach Biskuit, ey Mann Er liegt immer auf den Sack, der Typ Wir gehen alle auf den Sack Alter, wieder einfach mal ein Wieder Drecksruhensniper Für, wie viel, was mir das hat, haben wir letztendlich 2,12 Leute, das ist geil, ne Und wieder Warum geht die Scheiße immer auf meinen Kopf, Mann Immer Zack Zack, so hart wie dicke Bautz, Anna Oh, Alter, wie denn was für ne Ecke Campenlieben ist gewohnt Ach, in der Ecke Ander und so ist Spielruckler Weißt du, das ist ein fucking Spielart, der bei dem Anderen ruckelt Gerade Eine Maus läuft so flüssig wie Dünches bei nem Neger, Alter Oh, komm, ey Dieser Sniper-Huhren zuckt immer auf den Sack Kann immer jemand killen, Mann Und zwar für immer Oder bannen oder den Arsch ficken Mann, ey Ach, komm, dann kommt das Ding von oben, wo ich grad kurz vorm Gebäude bin Ist klar Also kurz, kurz vor im Gebäude Voll auf den Sack grad, ey Lol Ja, mal durch, durch die Wand weggesnick Alter, ohne Scheiß, das ruckelt hier nur das Spiel gerade Das sieht ohne Scheiß an, weil wem liegt das halt, ist, weil die Connections sind alle hoch Komisch Extremst komisch Weil die Connections sind wieder hoch Mach kaum jetzt und ich mal aufnehme, läuft es mal wieder etwas besser Sie wurden befördert First Sergeant 2, aha Hast du gar nicht verdient Hast du gar nicht verdient Höhöhöhöh Lass mich wieder beleidigen Boah, nee, nicht diese Schwuchtel-Map Snapper-Map, ja Kommt, Leute Einen noch Von mir behinderten Motherfucker Motherfucker Und der eine Ja, sehr gut Jawohl, wir sind noch eine behinderte Map Underpass Na, rundown Run War das die von eben gerade? Nee, das war in, äh Irgendeine andere Gammel-Map Genau, ich kenne lau-könig Irgendwas mit I Die war es auf jeden Fall Inferno, glaube ich Deine Mutti We wedding We are wedding We black We black, 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 black Boller den Nicke Erstmal auch Alex Newton Ja Ich sag hier eh nix in Game Äh Ja, Leute Es ist geil, einiger zu sein Mit einem genischen Team Ah, schuld für dich Oh man, ähm Ah, dann gewinnen wir wenigstens Dann gewinnen wir wenigstens Dann gewinnen wir wenigstens Ja, wir sind immer so lieb, sondern das ist der Hammer Ja, es ist auch schon an den Leuten aufgefallen Jaaaa Nur infiniti sie mal Infiniti dein, 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 deine Mutti Ja, infiniti sie mal mit deinem Penis So P90 Style Nein, jetzt hab ich falsch das aus, das ist ausgült, das soll die Scheiße Ach komm, erst mit P90 Style Ja, hier geht's doch Na, na doch doch Geht im Moment noch Komm Ach der, da war, äh Scheiß Franzose, da war ich hinter der Mauer Äh, der wollte ich hinter die Mauer und war, der war so schnell wieder weg, ey Geil Mann, das legt mir den dann weg, das soll ich scheiße Ach komm, ey, wie die da oben hängen, oh Geh mal auf den Sack, die Dodger Das wird ja so ne Etwas Nicht ganz so schlimme Art von Sniper, aber immer noch Hurenzunemäßig Ach ja, komm, da rennt einer und messert, ja Ach, komm damit, das ist doch schon wieder nicht wahr, weil es in Null irgendwas Jaaaa, genau, weil ich sie wie auf jeden Einmaler, so wie ne peuliche Dorfnutze, ey Oh ja, da trifft die Granate den, du weißt du Hat sie ihn tötet da Was die Die P90 ist genau in dem Spiel, auch so ne Noob, also nur für die Noobwaffe, ey Ach man, ey, wie man die Leute Die grad erst gucken, kommen und dann direkt wissen, wo du bist Ja, weil, weil, weil bei denen läuft der einfach, Alex Ja, bei dir hat die Check-On Ach komm, ey, Zucker ist auch so ne Hurenzun Null, aber wie sieht er mich denn? Ja, genau, seine, seine, seine Hulli seh ich auch, ey Aber wenn ich ihn hier komme, ey Ja, ist klar Klicke mir auf den Sack, ihr Gegner Ihr seid scheiße Und wir gehen so auf den Mein Team geht mir den genauso auf den Sack Wo ist es schon mal nicht? Hat er von wo ist welchen getroffen? Überall und neben doch Ja, das ist doch für'n Arsch, man Ich sitze hinterher in einem Pläschding und werde trotzdem abgeschossen Physik, ja, sehr gut der Ball bei dem Spiel Und hinter mir wieder Shotgun, ey Jetzt hab ich genau über dem Haus, wo ich drin sitze, dieses Kack-Huren-Ding Ja, war jetzt ne gute Position, da war ich mir Mann, ey Xa Fick dich Ja, in dem Haus, eine Mutti, Alda Eine Fotzenmutter Komm jetzt, komm Wie meine Waffe einfach mal verzieht Läuft bei der Ach genau Lull Hab dich grad noch gesehen, das wollte ich grad wegrotzen, ne? Ja, wie meine Waffe einfach in dem Moment Ey, komm ey, ich hasse diese Huren-Söhne von oben, Mann Weißt du, du spawnst irgendwo und stirbst direkt wieder Du kannst einfach nix dagegen machen, du spawnst selbst und stirbst direkt Das war so Abschlussserien, Abschlussserien normal Ist aber scheiße Ach komm, du läufst, läufst und stirbst die ganze Zeit von dem Scheißding da oben Das hat doch keinen Spaß, Mann, ganz ehrlich Ganz ehrlich, ohne Spaß Ach ja, Fick dich Mann ey, dieses schwule Ding Schon wieder, Mann Ey, es hat mir jetzt schon dreimal gekillt, die Scheiße Was soll das? 012 Ja, Leute, juckt mich nicht, ob ihr mit dem Gameplay auskommen müsst Beschwert euch doch bei eurer Mutti, ey Hahaha Sichi hat mein Vater die gebankt und deswegen bin ich entstanden, Mann Alter WTF Mann Erstmal voll halt am rumrachen gerade Ein gemessenes Erstmal hab ich dann das Messer gesagt, geiler Bock, Alter Oh, mein eigener Teammate Ne, doch nicht versorgen Gegner Also, wir mussten aber das auch, die dummen Huren Von wo kommt denn der? Von überall und nirgendwo, hab ich ja gesagt Die, die, die tun einfach durch ihr Stück Scheißholz schießen Nehm ich mal einen von euch, Alter Alter, von wo ihr überall rausguckt, wie so dreckige Huren Oh Oh Na, weggefickt jetzt Kann ich aber jetzt nicht so geil von dem Ja, einfach mal hier reintun, ja ist klar Meine Mutti bin ich auch weg, ey Boah, ey, geht doch halt auf den Sack hier gerade Ach komm, ey, das kann doch nicht sein, Mann, ganz ehrlich 0-1, äh, 0-15, 0-1 wäre schön Mann, ey Mann, ey Goddammit Ja, komm jetzt, lauf rein Kannst du sie sehen? Geht's doof oder so? Ist aber nur eine richtige Huren-Map Diese Map Ja, ne, die Map ist echt nicht so geil Ja, genau, weißt, ich stehe die ganze Zeit da und gucke und dann will ich los und hoffen, dann kommt direkt so ein Hurensohn Mann, ey Alter, wo stehen die denn überall rum, ey Genau die umrunden mich, die Mist wurden, ist klar Du gehörst doch auch überrumpelt Alter, wie schlecht war der Typ, bitteschön Ach ja, komm Ey, oh, nicht Spaß Ganz ehrlich Wir sind ein Scheiß-Bazooka, denn wir sind die Besucher in den Arsch stecken und einfach abdrücken, ey Oh, mein fucking Gott Die Licht, guck euch mal an, ey, einfach nix Ein Kill, wow Oh, Darauf ist er noch stolz, ey Auf seinen YouTube-Wichse Ja, der, äh, Last Kill Oh, Mann, ey Ja, Leute, das war's mit der Folge, war wieder überaus, äh, ja, Skillic Oh, geil Geht auch nicht besser, ich mein, ich nehm ja auf, aber juckt mich nicht Nächsten zwei Folgen müsst ihr auch noch mal dran, schaltet nicht mehr ein, wenn ihr's nicht sehen wollt Tschüss